Woran liegt es, dass die so früh genommen werden müssen? Was ändert sich da auch im Krankheitsverlauf? Vielleicht können wir das jetzt, ohne zu wissenschaftlich zu werden, auch erklären, warum das so wichtig ist, dass das wirklich zeitnah genommen wird und eben, wenn es länger dauert, dann gegen das Virus nicht mehr wirklich wirkt. Ja, das wissen wir genau warum. Weil sie werden infiziert mit einem Virus. Der Virus zerstört die Epithilien, die Zellen. Aber das Krankheitsbild taucht dann nur nach 48 Stunden auf und dann können sie noch drei Wochen lang krank sein, obwohl kein Virus mehr da ist. Und das Krankheitsbild ist bestimmt vom, was der Virus getan hat. Der Virus tut seinen Schaden innerhalb von den ersten drei, vier Tagen und danach ist der Virus weg. Also so ist das wenigstens mit der Grippe.